Ja Alles gut einfach weiter gehen einfach weiter gehen Ja rein in die olga ich weiß gar nicht wo wir stehen geblieben waren Spielst du das zum ersten mal? Ne wir haben das gestern schon ein bisschen angezockt Oh ne Digi jetzt wird es bestimmt wieder instant gruselig Oh ich bin noch gar nicht in der verfassung mich jetzt kurz zu erschrecken Hey was passiert jetzt? Okay Steh auf man! Oh open the fuck up! New investigation room What we got in here? Oh ein Teil von... Oh shit Ey! Get out of here Jeder beruhigt sich Alter die kann Sachen schweben lassen Keine Beine, keine Beine, keine Beine Aaaaaaaaaaah End Party Ich seh nix! Hab ich ne Taschenlampe? Was? Ich glaub die kommt Ich glaub die kommt! Wo muss ich hin? Ich glaub die kommt! Aaaaaaaaaaah Bruder... Ich find's eh eklig wenn Leute so krabbeln bro War da irgendwas? Ne Was ist das denn? Was ist das denn? Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaaah Alles gut die will nur spielen Ab jetzt! Ab jetzt erschicken wir uns nicht mehr Ab jetzt sind wir Die Ruhe selbst! Januar 11, 1986. Wir haben gerade zurück zum Krankenhaus mit der letzten Aktion zu unserer Familie. Weißt du was ich sage? Kann jemand rein gehen? Alles gut? Ich glaube er kommt! Geh weg da! Oh nein! Oh hell, na! Oh hell, na! Where the fuck am I? Minecraft-ass-Bilding. Krass. Ja, ja, ich verstehe, ich verstehe. 24. März 1985. Oh Zeitreise! He is like a changed man out here. Hm? Haha, I'm in danger! Ha? Hab sie gesehen? Das geht a... Das ist eigentlich ein Boden. Aber das ist hier! Ja, ich höre dir! Dина, ich höre dir. Nee, ich höre dir! Dina, ich höre dir! Dina, ich höre dir! dauer kann jemand an dieses telefon gehen ich bin es langsam leid ich komme ist das kleidung gott ist oder was nein die kommt doch jetzt die kommt jetzt glaube ich ich kann nichts drücken ich kann nichts drücken ich kann nichts drücken was soll ich tun du bist du denn einmal lächeln das wird der polizei bestimmt gefallen hey keine panik ich hasse solche jumpscares können wir nicht meine seele auseinander nehmen jetzt kurz testen uns ich wusste es verschiebt es war ich bin so schlau digger benutzt sofort als ich trapp den jetzt ich trapp den jetzt ich glaube jetzt geht der fahrstuhl wieder fahrstuhl schnell blät jetzt kommt irgendwas ich weiß es war doch nicht ja doch verkauft du loser hier sieht es doch normal aus das ist mein haus bruder ich bin nicht bereit gerade fresse machen foto wovon bruder davon was ist was ist was ist was ist wie ein frau hooh ritzel 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 hooo ooh geht daadah ihr schiep angst will ich schiep angst nein nicht schiepang kreischen wieder Nein, nicht mehr wieder im Keller Oh, ich habe Angst Oh, ich habe Angst Gary has gone totally insane Since Michael He terrifies me Interesting Where do I have to go? Okay Tatsache Ein Vogel hat mir gezwitschert, dass ich hier hin muss Wieso leuchtet das so? Ah Knopf drehen Ah 10 left Minus 50 right 5 left Maschallah What you got that from me? Oh, ein Erbstück Ihre Oma oder so Oh nein, jetzt sterbe ich wieder Oh Gott Oh Gott Oh fuck Oh fuck Oh fuck Somebody come get her She dancing like a stripper Ah Hä Hä War das War das Vorher auch schon da? Nein Oh, oh Höh! Ich kann nichts! Ich kann nichts! Ich kann nichts nichts! Ich kann nichts nichts! NANI?! muss der hat das jetzt bin ich glaube ich wieder exorziert oder so wie rette ich mich vor ihr jetzt ist er wieder so aber diesmal ist die kerze aus es ist wieder an komm jetzt run ja und jetzt Asche verstreuen keine ahnung was ich gemacht habe aber es war richtig die ist hot baby neue mission verlasse diesen ort oh bruder ist jetzt aber noch da ich vertraue dem spiel nicht bitte lassen ich will raus bitte lassen sie mich gehen ja das hört sich zu simpel an trete die scheibe ein oder so bitte bruder wieso ist die kellertür offen muss ich in den keller oder was ich habe was dummes getan ich habe was dummes getan oh das war dumm oh das war einfach gehen bruder sind das die türen zur hölle bro hier kenne ich mich doch aus bruder ich war schon mal in frankfurt sneak peek von hölle krass alter meine homies uuuh da hat mein bibi an der hand krass ich bin die